Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ihr seht, ich stehe in meiner Küche. Es wird nämlich heute ein kleines Kitchen-Organizing-Video werden. Ich weiß noch nicht ganz, was auf uns zukommt. Ich will ein bisschen hier sortieren, ich will ein bisschen umdisponieren, aufräumen. Und ich dachte, ich nehme euch dabei mit. So, jetzt zu diesem Thema hier. Wir haben nämlich eine neue Kücheninsel. Denn als wir damals das Haus gekauft haben, war die Küche drin. Die war auch gut so. Uns ist aber aufgefallen, dass die auf Dauer echt unpraktisch ist. Wir haben nämlich nur Unterschränke, keine Oberschränke, keine Türen, sondern nur Schubladen. Das ist einfach schlecht für Gläser, für Tassen. Auf jeden Fall recht unpraktisch. Und außerdem war wirklich nicht genug Stauraum da. Das heißt, in unserer Abstellkammer, die da ist, beziehungsweise Vorratsraum, haben wir ein absolutes Chaos, weil da super viele Sachen drin sind, die hier halt nicht reingepasst haben. Und dieses Problem mussten wir lösen. Das heißt, wir haben an diesem riesigen Space, ich gehe mal zurück. Ja, was ist Chaos? Ignorieren wir. An diesem riesigen Space, wo jetzt die Kücheninsel steht, war vorher nichts. Das mussten wir irgendwie nutzen. Und jetzt haben wir uns dieses Ding da hingestellt. Und ich finde sie wirklich super, super schön. Ich zeige euch jetzt mal kurz die ganze Ausgangslage. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber das war unsere Küche von Anfang an. Also, sie hat sich nicht verändert. Und hier war ein unglaublich großer Lehrer-Space. Also, der geht wirklich bis hier, wo dann der Esstisch ist. Und da haben wir jetzt eine dicke Kücheninsel hingesetzt. Die Türen habe ich noch nicht so ganz gerade angebracht. Ich check das nicht so ganz, wie das geht. Aber ich finde sie wirklich wunderschön. Also, ganz, ganz schlicht. Die Platte, die ursprünglich auf unserer Küche war, gab es nicht mehr. So, hier haben wir jetzt eine genommen, die aber sehr ähnlich aussieht. Und hier haben wir dann einfach die Türen. Ich habe hier unten eine Drucktüröffner angebracht. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Aber so sieht das Ganze von innen aus, damit wir auch mal Stauraum haben in Form von Böden und nicht nur Schubladen. Ich habe vorab schon mal die meistgestellte Frage wahrscheinlich zu beantworten. Die Küche ist von Nobilia und die heißt, also die Farbe heißt Magnolie-Lack. Soweit ich weiß. Ich habe sie ja, wie gesagt, nicht gekauft. Aber das ist die Information, die ich habe. Und die Insel haben wir von Ikea. Ja, die habe ich dann auch natürlich komplett foliert. Ihr kennt mich ja, die IY Queen. Und jetzt passt die perfekt zu unserer Kücheninsel. Die hat die gleiche Farbe, auch diese Lackoptik. Und jetzt zeige ich euch mal das Problem in Anführungszeichen. Das ist unsere Getränke-Gläser-Schublade inklusive Tassen. Hälfte der Weingläser. Guckt mal, das ist einfach schlimm. Das geht gar nicht. Und vor allem, wenn man die halt schnell rauszieht, dann macht das immer so ein Geräusch. Und ich habe immer Angst, dass hier dieser Turm zusammenbricht. Das geht einfach gar nicht. Darunter wird es nicht besser. Wie soll ich das? Leute, das kann ich eigentlich gar nicht zeigen. Aber ja, so ist unsere Küche organisiert, weil wir alles, so gut es geht, irgendwie reinquetschen müssen in diese Schubladen. Auch hier ist alles irgendwie so ein bisschen gemischt, so übereinander. Hier Sonntagsgeschirr, meine Sammeltassen. So viel Schmarrn in einem. Und auch für das hier muss logischerweise eine Lösung gefunden werden. Ich traue mich eigentlich gar nicht, das zu zeigen. Aber gut. Ja, ihr habt es jetzt mal gesehen und ich glaube, ihr versteht so ein bisschen meinen Struggle. Jetzt kommen wir zum allergrößten Struggle. Die Speisekammer. Da sind noch teilweise komplett Umzugskartons hier komplett drunter mit Küchenartikeln. Hier random stehen einfach unsere Gläser neben oben irgendwelchen Küchenmaschinen. Hier Tupperdosen, Schüsseln, also Tassen. Es hat alles nicht in unsere Küche gepasst und deswegen wohnt es hier und das ist keine Lösung. Dieser Raum hier ist super groß und super praktisch und ich mag den an sich total, weil wir haben ja auch noch einen zweiten Kühlschrank und haben hier wirklich Platz. Aber ich möchte den nicht mit Geschirr vollpumpen, weil das gehört ja in die Küche. Und auch so Küchengeräte und so, da kommt man gar nicht dran, weil alles so voll ist. Ich bin so froh, dass wir jetzt die Insel haben. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Temu-Hall. Ich muss sagen, ich bin ja schon eine AliExpress-Queen. Ich liebe es da ja auch, so Sachen zu bestellen. Mich hat immer nur gestellt, dass die Sachen halt bis zu vier Wochen Lieferzeit hatten. Und bei Temu war das tatsächlich sehr anders. Also Sachen kamen so nach einer Woche, würde ich sagen, schon ungefähr an. Was ja wirklich sehr schnell ist dafür, dass das von so weit weg kommt. Ich muss sagen, die Qualität der Sachen ist jetzt auch nicht so übel, wie ich eigentlich gedacht habe. Und man kann natürlich solche Sachen auch ganz einfach in Deutschland bestellen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas bei Muji oder so, aber wisst ihr, wie teuer sowas ist? Also ich will jetzt keine Gerüchte verbreiten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas bei Muji seine 20 Euro kostet, so eine Box. Vielleicht sogar mehr. Ich habe keine Ahnung, aber das hier, sage ich mal, hat vier Euro gekostet. Ich wollte das als so eine T-Storage-Box nehmen, weil die hat hier so drei, nee, vier Fächer in der Mitte. Und ich finde, die sieht super clean aus und super schick. Die finde ich schon mal toll. Dann habe ich das gleiche irgendwie, fehlt da der Deckel, oder keine Ahnung, nochmal bestellt mit zwei Abteilungen. Ich weiß gar nicht, was ich da reinmachen wollte. Dann haben wir hier einmal für den Kühlschrank, relativ basic, aber diese zwei Behälter. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die ein bisschen schicker sind. Die sehen mir schon sehr all aus, irgendwie nicht so cool. Aber die wollte ich jeweils für ein Fach in der Tür, damit ich da meine Skincare reinmachen kann. Weil aktuell stehen so Gesichtsmasken, die ich im Kühlschrank lagere, direkt neben dem Ketchup und der Sojasoße. Und das ist nicht so der Vibe. Deswegen wollte ich das in so gesonderte Behälter tun. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was hier drin ist. Das ist irgendwie so flach. Ich habe eigentlich nur so große Boxen und so bestellt. Aber, ah, das kennt ihr. Hundert Prozent, das wollte ich auch für den Kühlschrank haben, um die Masken-Ketchup-Problematik zu lösen. Und zwar, ich habe es voll vergessen, dass ich das bestellt habe. Hier so eine durchsichtige Acryl-Drehplatte. Ich glaube, davon kann ich meinen Freund auch überzeugen. Wir rufen den mal. Kannst du mal kurz kommen? Ich habe was richtig Cooles gekauft. Was denn? Guck mal. Für den Kühlschrank, ist das nicht mega geil? Da kann man Soßen und so rein tun. Und dann muss man nicht... Da kommt man immer dran, da muss man nicht umräumen. Korrekt. Geil, oder? Mega geil. Und hier ganz viele coole Boxen. Mit Kugellager, Alter. Wie sick. Übel sick, ne? Ja, das wollte ich dir zeigen. Mega geil. Und ich habe noch was mega geiles bestellt. Soll ich dir zeigen? Ein DJ. Geisteskranker DJ. Achte jetzt. Für drinken? Für drinken? Nein, nicht für die getrinken. Das ist für die Shaker und To-Go-Becher von meinem Schatzi. Super. Es ist voll geil. Guck mal, wie nervig die in dieser Schublade sind. Und jetzt, ja, kann man die... Leute, guckt mal. So ist das. Und ihr habt ja eben gesehen, wie unsere To-Go-Becher, Shaker und so. Da in der Schublade stehen. Und jetzt können wir die so richtig geil einsortieren. Ich freue mich da so sehr drauf. Geil. Davon habe ich auch zwei Stück bestellt. Weil ich habe gezählt, wie viele von den Teilen wir ungefähr haben. Und dann dementsprechend bestellt. Dann habe ich noch was Geiles bestellt. Und zwar bei Amazon. Das war jetzt nicht bei Temu. Weil es hat bei Amazon ungefähr gleich viel gekostet wie dort. Und dann dachte ich mir, komm, bestell jetzt halt auch mal was. Bei Amazon kann man ja auch mal kicken, wie das da ist. Und sowas wollte ich schon so lange haben. Habe es aber nie gekauft, weil ich zu geizig war. Aber ihr habt ja meine Schublade gesehen. Und deswegen habe ich mir dieses Prachtstück hier gekauft. Das ist so ein Folienorganizer. Also Backpapier, Alufolie, Frischhaltefolie. Dann schubt man das hier rein. Dann hat man hier diesen Hebel, um das zu schneiden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Werden wir es gleich sehen. Und zu guter Letzt habe ich noch bei Action was mitgenommen. Und zwar diese vier Behälter hier. Einfach auch, um die Schränke so ein bisschen zu organisieren. Die gibt es ja auch bei Ikea, diese Dinger. Ich muss aber sagen, bei Ikea kosten die auch irgendwie 5 Euro oder 6 Euro. Keine Ahnung. Und bei Action haben die, keine Ahnung, 2 Euro gekostet. Steht jetzt hier nicht drauf. Aber ich fand den Preis echt fair. Und deswegen so weiße Plastik-Hochglanz-Dinger sehen ja auch nicht schlecht aus. So, also ich habe jetzt mal alle Getränkebehälter, die ich besitze, ausgeräumt. Und das ist wirklich unglaublich viel. Aber ich habe das auch so gefühlt über mein Leben lang angesammelt. Das sortieren wir jetzt und räumen das an die geeigneten Plätze dafür. Also praktischer wäre es natürlich, das alles auf die andere Seite zu machen. Weil da steht man so in der Küche. Aber ich muss einfach sagen, hier ist der Schrank niedriger. Also wir haben einen in 40 cm Tiefe und einen in 60 cm Tiefe. Und der mit 40 cm Tiefe ist halt nun mal hier. Haben wir auch nicht groß drüber nachgedacht. Aber da kann man am besten die Gläser sortieren, weil das wäre sonst wirklich viel zu tief, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich fange jetzt an, die Gläser einzuräumen. Bevor ich weitermache, möchte ich mit euch ein Thema besprechen, beziehungsweise euch einen Tipp geben. Weil ihr kennt doch diese Gläser hier, ne? Von Firm Living. Diese ganz, ganz dünnen, ganz schicken Wassergläser. Ja, meine Mom hat mir mal davon 8 Stück geschenkt. Die habe ich mir ganz doll zu Weihnachten gewünscht. Auch wenn die total überteuert waren. Ich dachte, für ein Weihnachtsgeschenk ist das super. Turns out, die kippen einmal um. Die sind sofort kaputt. Jetzt habe ich noch 3 Stück davon. Was echt kacke ist, weil die sind echt teuer, diese Gläser. Und ich habe jetzt bei Amazon die bestellt. Und die sehen ja vom Ding her genauso aus. Also würde man die jetzt nicht nebeneinander sehen, würde das keinem auffallen. Und die hier sind viel dicker und viel stabiler. Und ich finde, die sehen auch irgendwie hochwertiger aus, wenn ich die jetzt nebeneinander sehe. Weil das einfach viel dickeres Glas ist. Und das hier fühlt sich an wie Plastik. Also es ist Glas, das weiß ich, weil es zersprungen ist. Aber kann ich euch wirklich mal empfehlen. Und davon habe ich auch die kleinen bestellt. Das sind diese hier. Seht ihr mal hier im Vergleich. Und die kosten im Set mit jeweils 4, also insgesamt 8 Gläser. Und noch 8 Glasstrohhalmen in groß und klein dazu. Nur 15 Euro oder 30 Euro. Eins von beidem. Aber sehr, sehr wenig im Gegensatz zu diesen hier. Die sowieso kaputt gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, diese Schublade, die ich euch eben gezeigt habe, ist jetzt komplett leer. Da hier aber unsere Kaffeemaschine ist und unser Wasserkocher und sowas, habe ich mich dafür entschieden, hier jetzt eine Kaffee- und Tee-Schublade zu machen. Das heißt, die Tassen werde ich nicht, wie ich gedacht habe, in die Kücheninsel einräumen, sondern wieder drüben hin. Auch wenn das ein bisschen unpraktisch ist, aber es ist immer noch besser, als die Gläser in der Schublade zu haben. Weiterhin habe ich auch ein paar Tassen aussortiert, weil ihr seht, ich habe echt viele und vor allem auch viele verschiedene. Aber die hier zum Beispiel habe ich mal, beziehungsweise habe ich nicht von meiner Oma bekommen, sondern das war immer meine Tasse bei meiner Oma früher. Und ich werde die für immer lieben. Ich kann die auf gar keinen Fall aussortieren. Und die zum Beispiel habe ich mir bei Flying Tiger geholt letztes Jahr an Weihnachten. Auch mega süß und ich habe so Fanny-Tassen, ne? Dann diese hier von Douglas vom Oktoberfest. Werde ich auch nicht wegtun, weil ich diesen Krug halt liebe. Ja, so sammelt man halt verschiedene Tassen an. Aber die hier sind von Portofino Keramica. Genau. Dann habe ich diese bunten hier einmal in Pink, in Blau und in Orange von Motel Amio. So, die ist wie gesagt Flying Tiger. Die hier sind von Ikea. Und die hier, nach denen werde ich auch immer gefragt, die sind von Jotex. Und dann habe ich noch diese Maus. Die habe ich mir gestern zusammen mit Maya in so einem Deko-Großhandel in Venlo gekauft. Richtig süß. So, wie ihr vielleicht hier sehen könnt, hatte sich bei mir in der Abstellkammer super viel an Tee angesammelt. Und ich wusste gar nicht, dass ich diesen ganzen Tee noch habe. Gott sei Dank habe ich meine Boxen gekauft für den Tee. Und da werde ich den Tee jetzt einfach einsortieren. Das ist ja wirklich mein Lieblingstee. Ich mag ja, also ich bin gar kein Teetrinker. Deswegen ist das hier alles von meinem Freund. Der trinkt gerne so Kräuter, Kamille, Pfeffermanzonen, Quatsch. Und ich trinke immer schön das hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Freunde, es ist mittlerweile, ich gucke mal kurz, 22.16 Uhr. Glaubt ihr, ich habe irgendwas anderes gemacht, als diese Küche zu organisieren? Nein, ich habe auch nichts gegessen. Ich bin halb am Verhungern. Ich habe das Gefühl, ich kippe gleich um. Aber die Küche ist so viel besser jetzt schon geworden. Mir fehlen auf jeden Fall noch einige Sachen, um wirklich alles perfekt organisiert zu haben. Ich glaube, perfekt wird es so oder so nie sein. Aber ich bin meinem Ziel heute schon ein Stück näher gekommen. Zwischendurch ist meine Kamera natürlich ausgegangen. Aber ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Bereiche. Fangen wir an mit der Horrorschublade, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Sie ist immer noch absolut nicht perfekt. Aber wir haben hier unsere Kaffeeutensilien und hier den ganzen Tee. Dann haben wir hier nochmal Kaffeeutensilien. Das hier ist Zucker, Sirup, Kaffeebohnen und hier sind nochmal Kaffeebohnen. Und für diese hier, das sind so lose Teesachen, für die wollte ich noch einzelne Behälter besorgen. Also irgendwie sowas, aber natürlich, das ist ja Pulver, deswegen was bisschen anderes. Und hier sind dann jetzt unsere Tassen, die noch übrig sind. Guck mal, wie toll ist die bitte? Und die habe ich bei TikTok so eine Werbung angezeigt bekommen, wo man seinen Hund in der Tasse machen lassen kann. Es wird handgemacht nach Fotos. Und genau, dann habe ich die meinem Freund geschenkt. Mega cool, oder was? Ja, das ist die Schublade. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal zufrieden damit, wie sie ist. Aber ich bestelle trotzdem noch was dazu. Dann haben wir die Schublade da drunter. Leute, die sieht auch ganz anders aus. Die ist noch halb leer. Also das ist echt crazy. Die habt ihr ja vorher ganz kurz gesehen. Also hier will ich jetzt so eine Backschublade machen, dass alle meine Backutensilien da drin sind. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir hier hin, wo unser Geschirr komplett gemischt drin war. Jetzt haben wir nur eine Serie an Geschirr hier drin. Und zwar diese hier. Also die sehen alle ähnlich aus. Es ist nicht eine Serie. Manche sind von Motel Amio, manche von Depot. Aber es ist alles so ein Ding. Guck mal bitte, wie süße die denn. Die hat meine Mutter mir mal irgendwann geschenkt. So Oktopus-Eierbecher. Und die hier sind von H&M, falls es euch interessiert. Die sind wunderschön. Die sind richtig aus Marmor. Und dann die Schublade da drunter. Die liebe ich auch sehr. Da sind nämlich meine Girlie-Girl-Sachen drin. Also meine rosanen Schüsseln, rosanen Eierbecher. Auch von Motel Amio. Die hat mir meine Schwiegermama mal geschenkt, weil die weiß, die Sachen von dort liebe ich. Auch die ist jetzt endlich ordentlich. Und jetzt kommen wir zur Kücheninsel. Also die ist natürlich noch nicht richtig eingeräumt. Hier haben wir so Reiben. Hier habe ich Pürierstab, Rührgerät. Und hier unten sind unsere Küchengeräte, die sagt kleine Grill. Dann da hinten eine Eismaschine, unsere Heißluftfritteuse. Und hier steht noch der Reiskocher. Ich zeige euch jetzt was sehr verrücktes. Ihr könnt es schon sehen. Ja, ich habe eine Sammeltassensammlung. Ich bin ja nicht krank, aber ich liebe so Sammeltassen. Ich habe immer die. Dann also die absolut krankeste ist die hier. Die ist komplett mit Gold. Und dann habe ich noch zwei da hinten. Ja, das sind so meine Tee-Service-Sachen, die ich wirklich nur an ganz besonderen Anlässen mal raushole. Und hier sind dann auch noch mal die Sonntagsteller, wie ich sie nenne. Die Gläserfächer habt ihr ja gesehen, wie ich die eingeräumt habe. Woher diese Gläser sind, habe ich euch gesagt. Das hier ist von Within Mood. Ich liebe das. Dann habe ich hier so Schottgläser noch von meiner Oma hinten so untersetzt. Hier habe ich jetzt meine, ja, so Sektschalen hingetan. Karaffe, nochmal Sektschalen, Sektschlöten. Die sind übrigens von Depot. Finde ich auch wunder, wunderschön. Ich liebe offensichtlich diese geriffelte Optik. Ich finde die ganz, ganz schick. Und diese Weingläser sind von Ikea. Ja, das hier habt ihr auch schon gesehen. Und mehr habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Der Rest ist noch leer. Aber ich schätze, das ist auch mehr als genug Arbeit für einen Tag. Und ich muss ja sowieso jetzt noch ein paar Sachen bestellen. Ich habe, by the way, in dem Abstellzimmer, Abstellkammer, vier Umzugskartons gefunden. Vier. Mit Sachen für die Küche, die ich auch seit zwei Jahren offensichtlich nicht angerührt habe. Weil ich sie, ja, im Umzugskarton hatte. Ja, die habe ich jetzt auch noch eingeräumt. Aber auch viel davon einfach aussortiert und weggeschmissen. Ja, und so kann ich, also mit dem Ergebnis kann ich auf jeden Fall... Ah! Ah, den Kühlschrank habe ich euch noch nicht gezeigt. Tada! Ich habe die Dinger hier eingeräumt. Die stehen jetzt nicht mehr neben meinem Ketchup. Weil dafür habe ich ja auch eine neue Lösung. Ich habe hier in das eine meine ganzen Augenmasken getan. Da habe ich von Typology so wiederverwendbar. Und auch von The Hout Company. Hout, Hout Company? I don't know. Und hier auch nochmal ein Augenserum. Sorry, im Hintergrund läuft die Spülmaschine. Und hier so meine ganzen Gesichtsmasken, die ich auch gekühlt lagere. Und wenn wir dann hier nach rechts gehen, sehen wir hier meinen coolen Soßenorganizer. Wie cool ist das, Leute? Ich freue mich da mega drüber. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten hole für so Konserven-Sachen irgendwie. Aber mal gucken. Soweit bin ich wirklich sehr zufrieden. Das hier kommt nach vorne, weil die Sohalsauce benutzen wir echt am meisten. Und dann würde ich auch schon fast sagen, das war es mit dem Video. Ich werde mir das im Schnitt angucken. Und wenn das Video noch nicht lang genug ist, dann werde ich ein paar Tage vorspulen und dort weiterfilmen. Aber wenn das Video lang genug ist, auch wenn nicht so viel passiert ist, würde ich sagen, it's a wrap. Es wird einen zweiten Teil geben und hoffentlich noch einen dritten und einen vierten, weil das haben wir ja auch noch vor uns. Dieses Haus ist eine sehr, sehr große Challenge. Und es gibt sehr, sehr viel zu tun und zu organisieren. Und ich bin auch ein Mensch, der Sachen hortet und der sehr viel hat. Aber so ist das nun mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch die Sachen, die ich euch gezeigt habe, unten verlinken. Auch so das Geschirr, wenn ich das alles noch finde. Und ja, bis dann im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.